Musik 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 Ich denke das ist eigentlich eine ganz coole Sache die ich hier mache Mal schauen wie sie allen gefällt Morgens um 8 Uhr schmeiße ich schon in der Schale Musik Macht PvP Ja Genau Ich bin gespannt wie es bei euch ankommt Dauert ja ein bisschen Der erste grinst schon Ja super Solang es einen freut ist alles in Ordnung Ja ich denke Mir freut das schon was geiles gezaubert Ne Ich denke das wird echt ein lustiger Tag Das wird heute echt ein lustiger Tag Ja Also Was haben wir denn im Programm Also wir haben die frostige Weltvernichtung Wow Nice Wird gesagt Die erste Sache loben schon Sehr gut Sehr gut Ja Eine Frau aus den Künstlern was soll man sagen Ja frostige Weltvernichtung in WoW, PvP und BG Genau dann wird Dark Souls 3 der YOLO Bomber Bomber Run ausgepackt Ja da werden wir ein bisschen YOLO mäßig Mit Bomben die Gegner platt machen Genau Doch Genau Genau und in Hearthstone habe ich mir ein YOLO Bomber Deck zusammengebaut Da werden wir die Gegner richtig platt machen Und in Stardew Valley werden wir genau so Bombys weitermachen Und zum Schluss hast du noch den coolen Tag Ja in der Nacht Denk ich mit Lego Klötzchen bauen Ausklingen Ich denke das wird ganz nice Genau und ähm Dazu habe ich noch ähm Eine Giveaway Eine 20 Euro Gutschein Für ähm Denjenigen der gewinnt Der Wahl äh Ist natürlich dann Demjenigen überlassen Der gewinnt Heiz von alles sein Battle.net Steam Äh für Komische schlüpfrige Gelegenheiten Aber es sollte das sein was ihr braucht Genau Ich denke der Tag wird heute relativ cool Okay Genau Armor Mage Ich habe schon gedacht okay Wollen wir uns vielleicht ein Fire Mage Aber ich möchte euch das Skill bisschen zeigen Dadurch ähm Hab ich gesagt gut okay Da muss doch die frostige Weltvernichtung sein Nicht die Nicht die heiße Weltvernichtung Genau Und äh Ja 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 Genau Und ähm Ja Ihr könnt natürlich gerne mitspielen Ähm Sofern ihr natürlich einen Charakter habt Der 90 ist Okay Natürlich muss ich meine Erdpunkte einlösen Oh Gott ich habe schon ewig nicht mehr gespielt Hm Oh Gott alle möglichen Missionen poppen hier auf Geil so Das Problem Das einzige Problem ist das Trinken Bei sowas Könnte ich ein Glas bekommen Ein Glas glaube ich löst das Problem Dankeschön Oh Ein Weinglas Ach schade wir haben keine Weingläser Kriege ich bitte ein elegantes Glas Sowas normales Publiges hätte ich nicht gern Strohhalm FDB Was elegantes mit Strohhalm bitte Nice Danke Pigs Nice Weisen Magna Rock WTF Wir trinken Wasser heute Also Wasser Da fehlt aber die obligatorische Zitrone Vorzüglich Mhh Das mundet Schon viel besser Trink ja normalerweise nicht aus Gläsern Aber das hübsst ihr ja Das hübsst ihr ja Ähm Ja Ähm 응 Nämm Müssen wir erstmal kurz gucken Ob wir das machen Denn wir machen nun ein ausgemähte Quest JJ ád Mhh Gott Ist der weiter oben der reise des donnerfuß steht nicht drin okay meine güte muss man lang warten das ist ja echt frech wie das wort gott wir kriegen das alles einzeln wieso kriege ich das alles einzeln eine ausgezeichnete frage die ich euch nicht aber da ich hier so in jedem leider kann ich die welt nicht brennen sehen diese verdammte warteschlange wenn ich das system anzünde kann ich ja nichts mehr machen na stopp so ja ich würde euch gern zeigen wie was platt machen aber ich fürchte daraus wird erst mal nichts ich bin nicht schüchter ich würde sofort hier hinlegen und ok schon crazy aus eine große kiste ja schade gibt es kein bazooka typen hier für dungeons auch mythisch lang geht das event noch montag melde uns mal neu an wir wollen hier was schaffen nicht hier den ganzen tag rum das sollte eine kleine rechte achtschnetzel ich denke das machen wir das sollte mir wieder noch da rangehen hat 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 ha ha hi barney mein gin tonic am worte am wort am morgen natürlich betreibt kummer und sorgen guten morgen alle neue ein schönen guten morgen ich habe euch hoffentlich nicht zu viel versprochen was zum teufel blänke ist ein schönen guten morgen ich habe euch nicht zu viel versprochen glaube ich aber ich nicht zu viel versprochen meine frau hat das glaube ich sehr gut hinbekommen ja auf unsere welt wenn ich bin noch besoffen oder ist er echt ein ja ok nein blänkes du siehst richtig wartet zocker nach darksons 3 eine neue herausforderung spielt deshalb ww finde ich mir sehr schön geworden das ist unser standardprogramm ich habe mir gedacht heute legen wir damit los halt nur bisschen anlass heute heute ist unser special event zu 1200 1800 follower und ich habe mir gedacht das kann man cool machen und man braucht dafür relativ wenig nice gesagt wir haben einen guten morgen einen guten morgen und ja wir machen heute einen special tag einen schönen guten morgen an diese form des grinsens muss ich noch gewöhnen wenn so auch einen schönen guten morgen dieser hat dann der leite schlange in drei stunden geht es los wandern hi gabra gabrosi oh gott wandern ich wandere nicht gerne bin ich im falschen stream nein du bist zum richtigen stream heute steht weltvernichtung auf dem program hahaha ja das lässt leider nur auf sich warten ja die ist platt zu machen das gefällt mir nicht oh sie reicht vollkommen alles klar sie alles klar endlich ein stream in dem ich meinen joker fetisch ausleben kann du kannst gerne dem elektrieren joker club beitreten kostet die aber 2 mille die waffen müssen irgendwie finanziert werden an sich nicht schlecht aber das schmerzen fehlt nein jetzt machen wir locker fertig ja ich fürchte wir finden das nicht hör auf damit bitte nicht in der früh ich gebe mein bestes ich würde jetzt gar nicht gerne weinen aber ich fürchte das passt nicht zu meinem grünse Gesicht ich fürchte das passt nicht zu meinem grünse Gesicht ich fürchte das passt nicht zu meinem grünse Gesicht ja Blankensack gemeint ist doch besoffen von gestern der besprechende Korde der ist real so wäre ich dezent das Make-up guten Morgen Salettik schönen guten Morgen schön dass du da bist ne aber ich ess grad aaaaah ich werde es unterdrücken also ich habe es jetzt nur gemacht weil Ossi das gesagt hat ich will das deinem Fanservice bieten was ewig her dass ich gespielt habe ich habe auch meinen meinen Mal Typie vergessen kein Problem Blankens kein Problem ich übernehme das ja nur für dich ich übernehme das ja nur für dich hahaha auch mal einen Ossi hiker Osblade ich stehe gerade auf und was sehe ich Cave muss ich dir leider sagen das ist auch nur heute eine Ausnahme so lauf ich ja nicht grundsätzlich rum So, let's see my wheel, hmm, nein, die Hälfte zerg, alles klar. Hey Jan! Ah, ich habe das vermisst, das Flamen im Chat, ich glaube mit der Weltverpflichtung wird ist heute nichts mehr. Sterben! Okay, ich gehe doch. Moin, Mike! Ähm, das sieht nicht gut aus. Um es jetzt halt mal auszudrücken. Ja, sagen wir mal so, sie zergen zu viel meiner Meinung nach, sie zergen zu viel. Oder auch nicht. Das ist schon ein verdammt viel. Das Spiel ist BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ. Ich spiele heute noch Dark Souls, ab Mittag ungefähr, und, äh, abends Hearthstone, nach Stardew Valley. Ich denke, da habe ich was für dich im Programm. Tut mir natürlich leid, dass es dir nicht gefällt. Endlich siehst du mal gut aus. Immer doch. Profi im PvP, da habe ich doch gesagt, dass ich Profi bin. Das Problem ist, wenn die Ahnung nicht mitspielen und zergen, was soll ich da machen? Aber die Lore habe ich zum Beispiel eingenommen. Wie viele Hundert Charts hast du? Ähm, drei. Alle bereit, die Welt dabei zu vernichten. Hast du schon leiten? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. So. Ach, scheiße. Oh Gott, ich habe schon ewig gespielt. Bleib mal noch direkt. Ja. Gut. Perfekt. Sieht anders aus. Oh Gott. Alle wohnen. Die Zeit. Nein. Dark Souls. Yeah. Ja. Ab Mittag dann. Ich snipe dich jetzt im PvP. What? Lenke es, du Schaufter. Du Lümmel. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Schmach. Ihr seid schlecht. Cool. Das ist meine Aussage, wo ich sage, yeah. Das oben könnte man noch erobern, wenn die nicht so dumm wären. Du hast also einen selber gelevelt, einen mit 100 Leech geboostet, einen mit BOD und dann auf 100 gelevelt. Ähm. So kann man das sagen, ja. Ja. Schill. Schill. Der nächste Warlock bin ich. Gerne. Dann muss ich nicht gegen Russen spielen. Das ist eigentlich eine komische Musik. Genau. Ähm. Sehr relativ. Warum bist du heute in dieser schönen Aufmachung? Äh. Ja. Wollte ich euch grad, grad dieses Mal, wollte ich erklären, nachdem wir so richtig für die neue, die da sind. Das ist, äh. Ähm. Das ist das, äh, besondere Special, das wir hier grad heute haben. Hab ich ja schon vor ein paar Tagen angekündigt mehrmals. Ähm. Wir haben ja die 1200 Leute erreicht. Und die 1800 Leute. Und da dachte ich mir, okay, wir machen was cooles. Und deswegen bin ich in diesem coole, in dieser etwas besonderen Aufmachung. Denn, äh, ja. Hab gedacht, irgendwas cooles muss ja her, wenn wir diese 48 Stunden nicht mehr machen können. Und da dachte ich mir, okay, das kann man dann relativ einfach, in Anführungszeichen, machen. Ohne großartig, äh, äh, ohne großartig Aufwand zu betreiben. Und was halt relativ schnell geht. Und dann dachte ich mir, das geht. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja. Unter anderem haben wir auch heute ein Giveaway. Das heißt, ähm. Und 20 Euro gut schnell nach eurer Wahl. Verlose ich heute. Also auf die Ausrufezeit. Spiel mit. Dann könnt ihr mit teilnehmen. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr followt. Aber das tun die meisten sowieso, die hier sind. Und, äh, ja. Ich denke, das ist eigentlich ganz cool. Hoffe ich doch für euch. Und hab viel Spaß. Ha, 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 ha. Sorry. Wann ist das Giveaway? Ist schon grad, äh, ist, ist... Läuft schon. Einfach ausrufen das Spiel mit oder nimmt ihr teil. Du hast doch was im Gesicht. Ja. Das hat so Schminke an sich. Das hat so Schminke an sich. Ha, 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 ha. Meine Frau droppt gleich irgendwelche komischen Scherze. Nein. Hör auf mit dem Scheiß. Äh, spiel mit, spiel mit. Sieht gut aus, sieht gut aus. So. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja. Ihr seid drin. Sehr gut. Ein schönen guten Morgen, Benzer Junge. Hi. Also ein Hallo sollte man schon da lassen, wenn man mal ein Giveaway teilnimmt. Äh, okay, was ist das, was ist denn heute für ein Stream? Hast du irgendwas im Gesicht? Weißt du immer, Simon, ähm, besondere Stream für 1200, 1800 Follower. Da ich weiß, dass ihr ohnehin den Titel, den Stiltitel nie lest. Äh, hab ich das einfach mal nicht reingeschrieben. Aber ich hab's angedeutet. Und sieht man eigentlich auch. Wollen wir mal schauen, ob man das cool sieht. Ja, die Weltverdichtung blieb aus. Ähm. Ach, nice. Sieht man sogar. Die Weltverdichtung blieb aus. Sorry. Ich hab mein Bestes getan. Ja. Das sind eindeutig meine Mates schuld, nicht ich. Okay. Bin ich drin? Und wann wird das aufgelöst? Ja, und das wird heute Nacht aufgelöst. Ähm, das lass ich heute Nacht von meinem Bot auslosen. Und dann schreib ich euch per Wisp, schreib ich euch dann. Keine Sorge. Aber halt, wenn das Event endet, wird's erst aufgelöst. Weil es kommen ja noch viele Leute, die erst gar nicht wach sind. Oder erst heute Nachmittag reinschneiden. Oder heute Abend, heute Nacht. Ähm, daher wird das den ganzen Tag laufend das Quid-Spiel. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. So, Snipe. Kann's gerne versuchen. Aber die Chance, dass sie uns treffen, ist minimal. Wobei, jetzt um diese Uhrzeit ist es schon relativ hoch, ne? Das Gute ist, heute brauche ich mich mal nicht schminken. Natürlich liest du bei der Wildvernichtung nicht den Titel. Ich komme! Ich denke, das ist ganz cool, oder? Ich denke, das ist ganz cool. Ich bin gespannt, wie viele heute reinschauen. Genau. Das ist auch, ähm, ich verkauf eine neue CD. Die nennt sich... Ich singe. Und der singe ich. Cool, oder? Ja, das ist reine Promotion-Aktion. So. Heute bisschen Diablo. Ich habe mir schon überlegt, ob wir nicht zwei Wochen vorher, bevor wir, ähm... Bevor, ähm, die neue Season angeht, äh, dass wir loslegen. Ähm... Aber ich denke, das ist ein bisschen zu früh. Müssen wir mal schauen. Hey! Joker! Wie geht's Batman? Der ist schon tot, ey. Ich muss jetzt um so komische kleine Mann, du Allianzler, kümmern. Läuft nicht. Hi, Epic Popel! Diablo wäre. Nice. Ja, müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen. Eigentlich ist der Programmplan schon zu. Müssen wir mal gucken, müssen wir mal gucken. Vielleicht warten wir da später für, äh... Äh... Also heute Nacht für, für Star of Galick. Heute Abend. Um... Zehn oder was? Zehn? Oh! Schottling-Tarnung. Bezeug! Das Ei haben wir schon rausgelöst, ne? Dacht schon. Danke. Ähm... Mike. Mann, Mann, Mann. Hehehehe. 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 Silent Quest 1 versehen. Waren versehen. Wenn dem Banz. Bizeps-Bärt hier einen schönen guten Wong. Wart. Ab jetzt werde ich brav sein. Hehehehe. Das ist halt ein Tick. Vielleicht betreffen wir hier ein paar kurische Arnis. Oh, wir könnten eigentlich nach, äh... Sturmwind fliegen. Das könnte man machen. Oh, Chaos zu stiften. Pfff. Auf, der Dunkelmond. Ah, der ist wieder. Äh... Wie fliege ich denn am besten rüber? Mh... Eigentlich durch das dunkle Portal, ne? Ich hab keine Ahnung, wo hier der Magieturm ist. Mh... Mh... Machst du noch dein Level-Event? Ja, Mensch, Junge. Mein Level-Event steht noch. Aber nicht heute. Äh... Heute ist halt... Heute haben wir sehr viel Zeug im Programm. Bis dann halt schauen, ob wir irgendwo noch Diablo zwei Stunden reinkriegen. Aber ich denke, das geht. Dann machen wir vielleicht weniger, äh, Dark Souls. Dark Souls hat ja den größten Slot. Ähm... Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Wobei, über Ultron könnten wir fliegen, ne? Oder? Ne, Quatsch. Falsch-Insel. Doch. Nein. Falsch-Insel. Nein. Uh, okay. Moment. Wir sind halt mal Schatten-Montal nicht. Oder über Steinert. So, mal schauen. Wir müssen mal schauen. Heute ist relativ, äh, lang. Das möchte ich halt auch nicht allzu oft machen. Und, ähm... Mal gedacht, nachdem ich gestern so lange geschlafen habe und heute kaum schlafen konnte. Dann machen wir es heute einfach. Müssen wir mal schauen, wie es heute läuft. Und dann, ähm, werden wir das ein bisschen, ähm... Pvp. Funktioniert nicht so. Aber ja, Level-Event ist angedacht. Machen wir mal irgendwann. In zwei Wochen vielleicht. Müsst wir mal schauen, wie es mir reinpasst. Genau, ähm... Genau, morgen... Sind ja die meisten... Sind, äh, grundsätzlich da... Wobei eher nicht. Sind viele neue da. Darf man Lead-Requesten? Nein, leider nicht. Tut mir leid. Ich lade die Folgen ja auf YouTube hoch. Und das... Auf jeden Fall auch. Und, ähm, da möchte ich keine Schwierigkeiten mit Gamer haben. Ähm, daher nein. Sorry. Leider nur, äh, MonsterCat. Also, wenn du was zu MonsterCat hören möchtest, gerne. Aber grundsätzlich leider nein. Sorry. Ne, nicht zu erhochen. Da kommt Daxus-3 raus. Stimmt. Stimmt. Da müssen wir mal schauen, dass wir es vorderlich machen. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie es in zwei Wochen mit Termin aussieht. Das ist immer schwierig abzuschätzen. Das war hier... Müssen wir mal schauen. Ich tue es ein paar Tage vorher ankündigen. Äh, müssen wir mal gucken. Ansonsten, ja. Äh, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ist eigentlich dumm, was ich hier mache. Wegen dem Frühlingszeug. Hier werden viele Alis sein. Egal. Oh. Da ist doch kleine Arnie gestorben. Ja. Joa. Ja, ja. Der Arme. Gerade er ist 300 geworden. Schon kriegt er direkt von mir ins Gesicht. Hallo, Yannick. Crazy Nicoletta Oran. Schönen guten Morgen. Da pellen sich so langsam die Leute aus dem Bett Ey, what the fuck, was ist da los? Bisschen Make-up am Start Ja, haben wir heute einen Sonder-Stream 1000, 1000, 1800 Follower Okay, dann bitte Coffins von Monstercad Coffins Ziemlich treuend Ich schau mal Ich denke, das geht klar Gute Vorbereitung ist alles Wir sehen, Herr Mann, Creme Zieht super schnell ein und fettet nicht Scheiß Werbung Wir sehen, Herr Mann, Creme Yeah Zwei Heller Wir haben drei Vier Vier Wollen wir unser cooles Wettspiel mal machen? Oh, Moment So, Moment Gewinne Spiele müssen da drin sein, das ist sogar Oh, Moment 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 So für euch Also Ausdruckzeichen, Bett Leerzeichen, welche Option? 0 und 1 Ehektion, 0 und 1 5 und 0 und dann 100 Morgen! Da hat sich aber einer schick gemacht Ja Das war natürlich nicht cool Ah, Block! Kein Dark Souls 3 mehr, doch Xeno, doch Aber ich habe gedacht, heute starten wir mit meinem normalen Programm Das heißt, heute in der Früh gibt es W.O.B., P4P Dann gibt es Dark Souls, dann gibt es Haslone, dann gibt es Star-Low-Valley Vielleicht irgendwo doch zwischendrin Diablo, müssen wir mal gucken Und dann schießen wir das ganze coole ab Mit Lego bauen und quatschen Ich denke, das ist ganz cool Denn die Weltvernichtung, da musst du ja nicht unbedingt ein Dark Souls angehen Dark Souls haben wir einen speziellen Run Bumpenrun Let's go Müssen wir mal schauen, ob es so funktioniert, wie ich es mir denke So Wollen wir mal was tappen gehen Hm Die Frage, können wir was tappen Okay Die Russen halten das Ist hier jemand? Ja, da sollte jetzt jemand hingehen Wollen wir nicht nur defensiv stehen Die Welt vernichtet sich nicht von alleine Die Welt müssen wir schon irgendwie unterstützen Sehr gern! Genau, wieso caste ich da drauf die ganze Zeit? Ja, natürlich für Procs, ne? Genau Wollen wir mal